Mein Name ist Nina Bartwey. Ich bin seit dreieinhalb Jahren als Business Development Manager bei FLEX tätig. Mein Name ist Karim Larossi. Ich bin Programmmanager und bin bei FLEX seit November 2017. Ich heiße Martin Hertel. Ich bin Director Business Development bei FLEX in Stuttgart. Mein Name ist Ignacio Longares und ich arbeite als Design Project Manager in Engineering for Staff here in FLEX Automotive. Ich bin Markus Max und bin seit neun Monaten bei FLEX und bin hier Softwareentwickler in der Entwicklungsabteilung. FLEX ist ein global agierendes Unternehmen in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Produkten. FLEX verbindet oder vernetzt zwölf verschiedene Industriesegmente. Ich finde, dass wir haben diese Cross-Segment-Know-How-Transfer, die andere Firmen haben nicht. Es gibt viele Gelegenheiten, in interessanten Projekten zu arbeiten. Aber was auch cool ist, dass man eben direkten Kontakt hat mit dem Kunden. Das macht eben sehr viel Spaß und ist abwechslungsreich. Die Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten bei FLEX sind meiner Meinung nach unbegrenzt. FLEX liegt allein an dir. Fleiß, eine große Portion Passion und den Willen zu lernen, sind die Hauptfaktoren, um sich weiterzubilden und zu entwickeln. Die eine Möglichkeit ist natürlich eben die Trainings, die man hier bekommt. Man kann hier sehr viel Neues dazulernen. Man kann aber auch sein Wissen, was man hat schon, was man aus der Uni mitbringt, hier direkt einsetzen, was eben sehr viel Spaß macht. Das macht FLEX für mich attraktiv, um sich weiterzuentwickeln. Zusammenarbeit bei FLEX ist der Schlüssel zum Erfolg. Flache Hierarchien ermöglichen sehr gute Zusammenarbeit. Wenn ich hier gekommen bin, wäre ich mit der Atmosphäre, mit den Leuten, mit den Abteilungen, mit dem Management wie eine große Familie. Also ich würde FLEX mit dem Wort Flexibilität beschreiben. Wenn ich FLEX beschreiben müsste oder dürfte, wäre es vernetzt. Motivation. Global Player. Ich würde sagen, Familie.